Hallo Freunde, heute schauen wir uns an wie Magnus Carlsen mit Weiß gegen die Karo-Kann-Verteidigung vorgeht, nämlich mit der Abtauschvariante. Was dann die Pläne sind, wo die Figuren hingehören, wie Magnus Carlsen auf die Bauernstruktur achtet und vieles mehr, das jetzt hier heute. Also, los geht's! Gespielt wurde diese Partie bei der Blitz und Schnellschach WM 2017. Das ist eine Schnellschach Partie, das heißt, ich glaube 25 Minuten plus 10 Sekunden Aufschlag, also jede Menge Zeit zum nachdenken und Magnus Carlsen hatte die weißen Steine, Wesley So spielt Karo-Kann. Okay, D4, D5, alles gut und die Abtauschvariante. Wir können ja hier alles mögliche spielen, Carlsen hat ja auch schon die Vorstoß und die Springer C3 Variante. Deswegen, warum er jetzt die Abtauschvariante gespielt hat, kann ich natürlich nicht erklären, aber wir schauen mal wie er sie spielt. Zunächst einmal Läufer D3. Der Zug ist verständlich, weil im Karo-Kann möchte der Schwarzspieler seinen Läufer von C8 natürlich irgendwie entwickeln. Und jetzt durch dieses Läufer D3 kommt er da eben nicht zu. Das ist eine der Ideen. Okay, nach Springer C6 wird C3 gespielt, um diesen Bauern D4 zu decken. Wenn wir als Variante der Springer entwickeln würde, um diesen Bauern zu decken, dann könnte Schwarz eben wieder mit Läufer G4 seinen Problemläufer entwickeln und genau das möchte weiß verhindern. So, ähm, damit sind wir wieder, hier, genau, und deswegen spielt er hier C3. Und jetzt hat Schwarz im Grunde zwei Möglichkeiten. Springer F6 ist einer der Hauptzüge und damit C7 ist einer der Hauptzüge. In dieser Partie wurde Springer F6 gespielt. Und, kleiner Spoiler, die beiden haben sich nochmal wieder getroffen. Und da hat Wesley Sow mit Schwarz damit C7 gespielt. Da kam die gleiche Variante nochmal aufs Brett. Und da könnt ihr gespannt sein. Die Stellungsbilder ähneln sich natürlich so, wegen der Bauernstruktur, klar. Und trotzdem sind hier deutliche Unterschiede im Aufbau. Sowohl bei Weiß als auch bei Schwarz. Und genau, wie die Partie ausging, das zeigen wir dann beim nächsten Mal. Also, bleibt dran. Heute wollen wir uns aber der Hauptvariante mit Springer F6 widmen. Und eine der Ideen von Dame C7 ist ja eben, ja, dass dieser weiße Läufer eben nicht nach F4 kommt. Und die Idee von Springer F6 hingegen ist es aber eine Figur zu entwickeln, dass das Feld G4 kontrolliert, so dass Schwarz seinen Läufer hier raus bekommt. Jetzt könnten wir noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück gehen und sagen, in dem Augenblick, wo der Schwarze irgendeine Figur auf F6 hat, dass das irgendwie Läufer G4 im Bereich des Möglichen liegt, dann könnte man auch den Zug H2, H3 spielen. Um das hier eben zu verhindern. Natürlich könnte Schwarz dann wieder Dame C7 spielen. Wollen wir nicht zu sehr darauf eingehen, aber dieses H3 kommt auch relativ häufig vor. Mit der Idee von Springer F3, Läufer F4 und so weiter. In der Partie kam jetzt aber Läufer F4 und dann hat Schwarz die Gelegenheit genutzt, seinen Läufer zu entwickeln mit Tempo auf die Dame. Die zieht ihrerseits nach B3, denn der B7 ist ja jetzt angegriffen, und hier gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Dame D7 und Dame C8. Und kleiner Spoiler oder Plot-Twist, wie auch immer man das nennen möge. Diese Variante spiele ich selber mit Schwarz und ich spiele die Dame nach C8 und so hat Wesley Sow hier auch gemacht. Ich zeige euch mal den Grund, warum ich nicht nach D7 gehe. Denn die weißen Züge sind relativ die gleichen. Nämlich mit Springer D2 dieses Springer F3 vorbereiten, um hier keinen Doppelbauen zu lassen. Und dann wird früher oder später dieser Springer hier auf E5 auftauchen und dann eben jetzt hier ein Tempo auf die Dame gewinnen. Das möchte ich eben nicht. Damit umgehe ich auch zum Beispiel potenzielle Fehlerquellen für Schwarz, dass ich hier auf E5 nehme. Und jetzt ist der Springer angegriffen. Der Springer kann diese Diagonale nicht mehr blocken, weil die Dame unglücklich steht. Es folgt Läufer B5 mit Figuren oder Damen gewinnen. Kann man sich aussuchen. Natürlich nicht erzwungen, soll aber mal demonstrieren, warum ich die Dame nicht nach D7 stelle, sondern nach C8. Okidoki. Ja, jetzt versucht weiß natürlich auch die Figuren zu entwickeln. Natürlich ohne diesen Doppelbauen zuzulassen. Und Schwarz entwickelt sich natürlich jetzt hier auch und bereitet irgendwann mal die Rochade vor. Und jetzt haben wir eine sehr, sehr typische und sehr, sehr bekannte Bauernstruktur, nämlich die sogenannte Karls-Bader-Struktur. Die kennzeichnet sich dadurch, dass der schwarze C-Bauer fehlt und bei weiß fehlt der E-Bauer. Hier sind jetzt diese Bauern. Wir fangen mal aus weißer Sicht an. Diese Bauern zeigen von der Kette her Richtung Königsflügel. Und achtet mal darauf, auf welcher Seite Magnus Karlsson spielen wird. Hm. Und diese Bauern zeigen Richtung Damenflügel. Ratet mal, wo Wessel Show spielen wird. Hm. Hinzu kommt noch dieser berühmt-berüchtigte Minoritätsangriff, dass Schwarz hier eben nur zwei Bauern, respektive die drei hat, gegen die Mehrheit hier am Damenflügel. Dass Schwarz hier mit B5, B4 immer wieder versucht, eine Schwäche zu erzeugen, um da irgendwie drauf gegen zu spielen. Und sehr, sehr bekannte, sehr typische Pläne, natürlich auch sehr bekannt und trotzdem immer wieder spannend, was da in der Praxis rauskommt. Nun, zunächst Karlsson entwickelt sich weiter. Läufer E7, Rochade. So, jetzt könnte Wessel Show natürlich auch Rochade spielen, wäre auch überhaupt gar kein Fehler in dem Sinne. Er spielt hier Erstläufer H5. Das hat die Idee, den Läufer nach G6 zu spellen. Die Idee ist, diesen weiß-fältigen Läufer zu tauschen. Und wir wissen ja aufhand dieser Bauernstruktur, die Bauern stehen auf Schwarz, also ist der weiß-fältige Läufer von Weiß der gute Läufer. Und den möchte Schwarz entsprechend abtauschen. Dieser Läufer ist potenziell schwach, weil diese Bauern hier auf den schwarzen Feldern stehen. Natürlich ist er aktiv. Ist jetzt nicht schlecht, dass er auch vom Brett genommen werden kann, im Gegenteil. Aber rein statisch gesehen ist das hier ein schlechter Läufer. Okay, Schwarz versucht also seinen schlechten Läufer, analog zu seiner Bauernstruktur, seinen schlechten Läufer gegen unseren guten Läufer loszuwerden. Ja, da nimmt er sich auch ein, zwei Züge in Zeit für und verschiebt die Rochade ein bisschen. Von daher, auch das spiele ich mit Schwarz. Weiß spielt Turm A1 und das ist ein deutliches Indiz, wo es lang gehen soll. Natürlich könnte Weiß hier auch mit A4 spielen oder er könnte den Turm nach E einstellen und hier flexibel bleiben mit dem Turm. Aber die Ansage Turm A1 ist glaube ich ein sehr, sehr deutliches Anzeichen, dass Magnus Carlsen hier im Zentrum, respektive am, hier auf den E-Linien, respektive am Königsflügel spielen möchte. Dieser Turm kontrolliert nicht nur das Feld E5, sondern er ermöglicht auch einen Schwenk hier mal mit den Türmen in irgendeiner Form. Okay, Schwarz macht Läufer G6, versucht diesen Läufer zu tauschen, das ist nachvollziehbar. Weiß schlägt den, und Schwarz schlägt zurück und auch das gab es schon eine Million Mal. Und jetzt muss man ganz kurz nur innehalten. Die offene Haarlinie ist überhaupt gar keine Gefahr für Weiß. Schwarz hat keine Figuren für einen Angriff. Auch dieser Läufer und der Springer hier ist mehr als ausreichend auf der Haarlinie alles gedeckt. Da geht überhaupt gar nichts. Schwarz kriegt keine Figuren dahin, um irgendwie einen Pseudo-Angriff zu starten. Da braucht man auch nicht mal Angst zu haben. Schwarz wird hier früher oder später gleich rochieren. Er hat natürlich noch verschiedene andere Züge, die in die Struktur reinpassen, nämlich diesen Minoritätsangriff vorzubereiten. Aber irgendwann wird er halt die Kurzrochade machen. Von daher, alles gut. Warum spielt Weiß jetzt aber H2, H3? Hat er jetzt hier Angst auf der Haarlinie? Na, glaube ich nicht. Aber er möchte seinen Läufer hier behalten, dass dieser Läufer im Zweifelsfall ein Rückzugsfeld hat, falls Schwarz hier mit Springer H5-Ideen um die Ecke kommt. Wenn jetzt als Beispiel nur Weiß hier anfangen würde, direkt die Türme zu verdoppeln, könnte Schwarz ja hier versuchen, weitere Figuren zu tauschen. Auch wenn dieser Läufer potenziell schlecht ist, den muss man ja nicht sofort schlagen. Aber jetzt komme ich eben nicht mehr dazu. Also Schwarz spielt jetzt hier zum Beispiel A6, B5 am Damenflügel, die ganz normalen Sachen. Während Weiß nicht mehr dazu kommt, H2, H3 zu spielen, weil dadurch dann die Bauernstruktur verändert und aus Weißer Sicht verschlechtert werden würde. Und deswegen spielt Magnus Carlsen hier H3, um den Läufer direkt zurückzuziehen, um überhaupt keine praktischen Probleme sich einzuhandeln. Okay, Schwarz spielt A6, das kann man nachvollziehen. Weiß versucht mit A4 das Gegenspiel am Damenflügel erstmal so lange wie möglich hinaus zu zögern. Sprenger D7, auch ein normaler Zug. Turm E3, da geht der Schwenk schon los. Und jetzt, der Turm kann schwenken, der Läufer kann hier sich zurückziehen. Wir können hier auch erst vorbereiten. Und irgendwann, wenn die Figuren alle weit genug vorne stehen, irgendwann muss Schwarz vielleicht doch auch mal aufpassen, ob der König nicht hier in der Mitte steht. Dass hier auf der E-Linie taktische Operationen, in welcher Form auch immer, hier mit der H5 zum Beispiel, die E-Linie öffnet, jetzt noch nicht. Aber irgendwann früher, später wird er rockieren müssen. Das hat er hier gemacht, ist auch völlig in Ordnung. So, und jetzt haben wir eine, eine, naja, mehr oder weniger Ausgangsstellung. Wir wollen jetzt nicht den einen oder anderen Zug auf die Goldwaage legen, aber vom Prinzip her. Der weiße Aufbau sehr, sehr logisch. Alle Figuren entwickeln, alle Figuren spielen mit. Und Weiß versucht analog zu, oder gehorchend auf die Bauernstruktur, die Kette zeigt zum Königsflügel. Er will hier irgendwo am Königsflügel machen. Und Weiß versucht, Schwarz versucht hier, den Weißen am Damenflügel zu beschäftigen. Und klappt auch alles wunderbar. Und die Stellung ist auch durchaus noch einige Zeit im ausgeglichenen Bereich. Jetzt nicht denken, oh, 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 in drei Zügen fällt die eine Seite um. Nein, das ist nicht so. Aber, Karlsson hat einen Plan. Ich meine, der hat Wesley Soh auch. Und dann entscheidet sich immer, in der Praxis kommt ein spannendes Phänomen, da kommen wir gleich zu. Denn der weiße Plan jetzt hier, ihr könnt euch ja mal selber, habt ihr hier für Weiß einen? Wir können Standardzüge machen, wie Turm FW1. Springer E5 wollen wir vielleicht noch nicht, aber einfach nur tauschen, macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Wie kann man den Druck aufrechterhalten, oder vielleicht noch verstärken? Und da hat Magnus Karlsson den schönen Zug H4 gefunden. Einfach diese Bauernstruktur mit H4, H5 angreifen. Er spielt auf einer Seite, wo er sowieso spielen will. Die Dame kann ja jederzeit hier über D1 irgendwie wieder mitkommen und helfen. Von daher, H4, H5, um diese Bauernstruktur anzugreifen, Linien zu öffnen, gegen den gegnerischen König. Alles klar. Schwarz versucht mit Springer F6, dieses H5 zu verhindern, auch nachvollziehbar. Ja, und schon kommt die Dame auf den Zug, wo man nicht wirklich irgendwas Verpflichtendes irgendwie spielt. Aber Schwarz spielt auch nicht untätig, sondern kommt jetzt zu B5 und hat jetzt natürlich hier grundsätzlich die Ideen, am Damenflügel diesen Minoritätsangriff zu spielen. Ja, irgendwann, irgendwann muss weiß auch mal diesen Springer, die Dame muss ja hier frei gemacht werden, der Turm will schwenken. Irgendwann früh oder später muss dieser Springer mal nach E5 kommen, was ja auch überhaupt kein Problem darstellt. Und Schwarz spielt B5, B4, analog zu dem, was wir auch schon festgestellt haben. Er möchte hier den Minoritätsangriff, er möchte dem Weißen eine Schwäche zufügen. Beide Seiten spielen sehr, sehr logisch, konsequent auf ihrem Plügel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Läufer G5 und jetzt müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass dieser Läufer auf E7 nicht vielleicht mal hängt. Die Idee ist, wenn wir jetzt hier irgendwann mit H4, H5 spielen und angreifen, der Springer kann dann zum Beispiel nie schlagen, weil Weiß hier dann auf C6 zwischennimmt und auf einmal ist der E7 ungedeckt. Also da müssen wir schon mal aufpassen. Oder man kann jetzt hier auch jetzt konkret nicht auf E5 nehmen, weil der Bauer einfach nimmt und dann muss der Springer wegziehen und der Läufer hängt auch wieder. Also von daher kann man Turm E8 nachvollziehen. Dame B7 wäre tatsächlich der Zug gewesen, den ich jetzt so während der Partie gespielt hätte. Ich mag es, wenn die Dame auf B7 steht. Zum einen ist die C-Linie frei für meine Türme. Und ihr seht, die schwarzen Steine orientieren sich ganz entlang den weißen Feldern. Warum? Weil Weiß natürlich diesen schwarzen Läufer hier hat und da muss man halt drum herum spielen. Dann geht über weißen Felder. Und dann haben wir die B-Linie, dass ich vielleicht mal auf B2 gucken kann. Ich mache die C-Linie frei für meine Türme. Ja, das wäre so auch eine Alternative gewesen. Deswegen, Turm E8, ist gut. Ja, und jetzt Turm H3 und Carlsen sagt sich, ich greife an. Und jetzt haben wir diesen typischen Fall, die Theorie oder die Bewertung ist halt ausgeglichen. Ja, so ungefähr. Alles völlig in Ordnung. Aber die Praxis, jetzt muss man sich halt überlegen ist. Und das kennt man vielleicht aus der königsindischen Partie. In dieser klassischen Variante, wo beide Seiten mit diesen Bauernstürmen kommen, die Theorie sagt, ist okay für Weiß, aber in der Praxis machst du eine Ungenauigkeit, dann geht es hier eben, weil das, ja, hier ist das Spiel gegen den König. Dann ist der König weg. Wenn Weiß hier auf dem Damenflügel eine Ungenauigkeit macht, dann ist vielleicht ein Bauer weg oder vielleicht ein zweiter Bauer weg. Nicht schön, aber immerhin noch besser als der König. Und das ist eben diese praktische Komponente, die hier eine Rolle spielt. Der König ist in Gefahr. Da muss man immer doppelt und dreifach aufpassen. Dame Cezim versucht diesen Bauern anzugreifen oder respektive diesen Punkt anzugreifen. Den unterstützt Atmos Carlsen mit dem Springer. Jetzt kann er den Springer ja auch hinziehen, weil der Turm jetzt nicht mehr abgeklemmt wäre. Der Turm steht schon hier. Wunderbar. Tausch, Tausch. Und jetzt sehen wir hier die Fallschwarz hat im Grunde alles richtig gemacht. Er hat dem Weißen hier auf C3 eine Schwäche kreiert, die er angreifen möchte mit Zügen wie Turm C8 und entlang dieser Linie. Vielleicht ist der A-Bauer mal schwach. Und ob dieser Angriff durchschlägt, ist ja auch noch komplett überhaupt nicht. Das steht ja noch in den Sternen. Aber Weiß greift halt, greift an, bricht so ein bisschen die Brücken hinter sich ab. Aber sind halt eben auch logische und nachvollziehbare Pläne. Deswegen finde ich die Partie sehr, sehr spannend. Schwarz spielt hier Turm C8. Der wurde als ungenau kritisiert, aber das ist natürlich ja, nicht zwingend menschlich. Menschlich finde ich den völlig in Ordnung, weil ich mache Druck auf den C3. Von daher lassen wir diese Bewertung mal hier vom Computer. Die lassen wir mal weg. Weiß tauscht auf C6, spielt den anderen Springer nach E5 und die Dame geht nach E7. Auch hier wäre ich persönlich wieder vielleicht eher Richtung B7 gegangen, um die C-Linie aufzuhaben oder selber hier mal irgendwie gucken gehen zu können. Aber wer bin ich, dass ich Wesley-So-Vorschläge mache? Der hat 2,8. So, da haben wir C7 und Weiß versteht es, alle seine Figuren in den Angriff einzubinden. Jetzt ist dieser Springer auf F6 so ein bisschen gebunden, kann nicht mehr wegziehen, weil der F7 dahinter hängt. Und das ermöglicht dann ein taktisches Motiv, nämlich, dass wir mit Weiß versuchen, dieses H4, H5 zu unterstützen, weil der Springer eben nicht mehr auf H5 schlagen kann. Weil der F7 dann wegfällt und dann fällt natürlich die ganze Kündigstellung hier zusammen, fällt in sich zusammen. Es kam Läufer D8 mit der Idee, die 7. Reihe zu eröffnen, den F7 zu decken. Und wir schauen uns mal eine kleine Variante an, was passieren könnte, wenn Schwarz Turm B8 spielt, was ja auch auf den ersten Blick normal erscheint, mal eine Linie zu nutzen. Abgesehen davon, dass er den vorher hätte machen können und dass deswegen Turm C8 vielleicht ungenau war. Aber hier schauen wir mal, kann Weiß nämlich jetzt mit H4, H5 diesen Angriff starten und immer diesen Punkt im Auge haben. Schwarz kann hier nicht auf H5 nehmen, weil der F7 fällt und dann fällt hier schon der ganze Flügel in sich zusammen und Läufer F6 beendet die Partie auf taktischem Wege. Jetzt droht hier ein Matt, der Turm kann nicht rüber, weil der Läufer hängt und wenn der Läufer nach D6 geht, jetzt ist G7 von der Dame gedeckt, dann wird die 7. Reihe unterbrochen, jetzt droht wieder Dame G7 und auf Turm G8 wird aber das Fluchtfeld für den König versperrt, so dass Dame H5 Matt folgen könnte. Das ist eine demonstrative Beispielvariante natürlich, aber die sollte schon mal veranschaulichen die Gefahren, die hier für Schwarz in der Stellung in der Praxis lauen. Und deswegen hier Läufer D8 um die 7. Reihe frei zu machen und ja, jetzt geht ja H5 scheinbar nicht. Doch, geht doch. Und Magnus Carlsen sagt sich, ich muss natürlich H5 spielen, das ist ja mein einziger Plan. da muss ich vorwärts gehen, hilft alles nichts. Und Wessi ist so, nimmt diesen Bauern, sagt Danke, jetzt hängt auch noch der Springer, den muss Carlsen tauschen, schlägt, schlägt. Und auf den ersten Blick, es sieht doch hier wirklich so aus, als wenn nichts los wäre für Weiß. Er hat zwar vieles richtig gemacht, alles zum Königsflügel geschoben und trotzdem Schwarz hat sich gut verteidigt, gut aufgebaut. Der F7 ist gedeckt, die Harding ist verstopft, C3 als potenzielles Gegenspiel. Aber wir sehen auch Turm und Dame decken hier diese Schwäche. Und der Turm kann und wird vielleicht jetzt gleich auch nochmal irgendwann eingreifen, in welcher Form auch immer. Wie kriegen wir den H10 ins Spiel? Und da hat Carlsen natürlich eine Idee, die hat er natürlich bei H5 schon geahnt und gespürt, nämlich, dass er hier mit G4 erstmal die H-Linie öffnet. Der Springer muss wegziehen. Ja, und wie kriegen wir jetzt diesen Turm von F1 ins Spiel? Hier ist ein bisschen langsam. Wir wollen ja letzten Endes verdoppeln auf der H-Linie. Genau, und dann spielen wir einfach König G2 den Turm verdoppeln und dann treten die ersten Drohungen auf. Okay. Meine Gedanken während der Partie, als ich sie gesehen habe und analysiert habe, dachte ich mir, was ist, wenn ich hier selber jetzt erstmal G5 spiele? Ja, der Springer kann temporär die H-Linie versperren, aber ich spiele jetzt auch König G2 und Turm H1 und dann knallte ich hier auf H5 rein. So, und jetzt ist die Idee, habe ich hier genug mit Dame, ich meine, es droht Matt, der König muss rennen, der nächste Bauer fällt, der F7 fällt, ich drohe hier vielleicht auf F6 mit Turm, H7-Geschichten, erschienen wir auch, plausibel zu sein und jetzt hier in der konkreten Stellung ist tatsächlich schon schon Matt in Gefahr. Zum Beispiel so. Also es ist auch sehr, sehr spannend und interessant. Ihr seht, wie viele Möglichkeiten es gibt für beide Seiten. Also dieses G4, G5 hätte ich hier mit weiß auch noch überlegt und zwar nach König G2 hat Schwarz nämlich jetzt die Möglichkeit seinerseits G6, G5 zu spielen und damit diesen weißen G4, G5 zu verhindern und ja, jetzt kriege ich diesen Springer nicht weg. Damit bleibt die F-Linie geschlossen. Der F7 ist nicht mehr angegriffen. Der Punkt H7 bleibt auch verteidigt. Der einzige Nachteil von G5 ist, dass dieser Bauer selber nicht gedeckt ist und da stürzt sich Karlsson sofort mit Dame E3 drauf. Der wird gedeckt und weiß spielt wieder F2, F3 und auch wieder ein sehr, sehr spannender Moment. Wir greifen diesen Springer an und wenn der Springer wegzieht, hängt der Bauer. Jetzt wissen wir aber auch, oh, never play F3. Warum? Weil natürlich die zweite Reihe jetzt hier sperrangelweit offen steht und wenn Schwarz in irgendeiner Form zu einem Gegenspiel kommt, dass hier mal Schachs auf der zweiten Reihe sind, das kann so nervig sein und den König so in Gefahr bringen und deswegen F3 sehr, sehr zweischneidig und Schwarz spielt hier den Springer zurück und das war dann tatsächlich auch kein guter Zug, weil jetzt irgendwann potenziell der G5 einfach vom Brett fällt. Hier müssen wir mal kurz gucken, wenn wir hier eine Variante machen. Schwarz könnte vielleicht versuchen hier einen Gegenangriff zu starten gegen diesen gegen diesen E4 und wenn beide Seiten hier diesen Springer schlagen, ihr seht, wie kompliziert das ist, der Turm verhindert jetzt die Flucht, weiß droht einfach mit Dame H5, Dame H8 schwarz wird hier wieder verteidigen müssen, aber am Ende des Tages, selbst wenn ein Bauer am Ende des Tages überbleibt für weiß, in welcher Form und Farbe auch immer, der König ist von weiß offen und hier sind so viele Bauernschwächen, wenn es jetzt zum Turm ins Spiel käme, als Beispiel jetzt hier nach Dame E5 zum Beispiel, diese Turm ins Spiel sind überhaupt kein Problem für Schwarz, weil er kann mit dem Turm natürlich super schnell hier aktiv werden, auch alles angreifen und das verspricht dann immer noch dynamischen Ausgleich. Von daher, das wäre eine bessere Wahl gewesen. Wir gehen wieder zurück. Er hat aber Springer F6, wie gesagt, wir dürfen ja auch nicht vergessen, ist eine Schnellschachpartie und dann ist es halt so. Und jetzt erst mal die Verdopplung, droht matt, schwingt den König zur Flucht, jetzt hängt der Bauer. Okay, okay. Durch dieses F3 hat sich natürlich aber auch die dritte Reihe geschlossen, das heißt, der C3 ist jetzt weg und jetzt steht das Spiel auf Messerschneider, ja, weiß hat alle Brücken hinter sich abgerissen, den Angriff gestartet und dabei die eigene Königssicherheit auch riskiert, ja, keine Frage. Schach. König, Tausch, schlägt. Ah, der F7 hängt. Das ist eine der Ideen. Okay, okay. Jetzt, wie decken wir den F7? Wir haben das Problem, dass Turm F8 wegen Springer G6 Gabel nicht funktioniert. und dann wissen wir auch warum Wesley So jetzt erst da mit C2 spielt, den Punkt G6 kontrolliert und dann Turm F8 spielt und weiß hat jetzt nichts weniger und aber auch nichts mehr und beide Könige stehen so ein bisschen offen und ja, wer hat in solchen Stellungen meistens den Vorteil, die Seite, die die Initiative hat und das hier in dem Fall ist Magnus Carlsen, weil er mit Turm hat, er beschäftigt den Gegner, er greift den Springer an, der Springer muss schon wieder wegziehen. Gegenangriff auf die Dame, okay, Dame G5 schach und dieser Springer hier auf E5 steht natürlich deutlich aktiver als sein Gegenpart auf E8 und wenn jetzt als Beispiel der König ähm nur einfach wegzöge, ja, Dame G8 ist schon matt, müssen wir aufpassen. und ich wollte noch eine Variante zeigen, so, was passiert, wenn jetzt aber Springer G6 kommt? Der Turm deckt ja diese Reihe noch und scheinbar ist diese Qualität verloren. Nicht so richtig, denn wir müssen im Auge haben, dass der Springer ja auch diese Dame angreift. Das heißt, Schwarz könnte seine Dame hier opfern und wenn der Turm schlägt, schlägt da und dann haben wir wieder so ein ungefähr ausgelegenes Turm im Spiel. Und das natürlich, ja, und jetzt könnte es sein, dass dieser Turm hier ein bisschen, ein bisschen komisch steht, dass das Schwarz hier relativ schnell zu Gegenspiel kommt. Also, immer schön aufpassen oder vielleicht sogar hier rüber, dann hat der Turm noch weniger Möglichkeiten. Eieieiei. Okay, deswegen, wir gehen wieder in die Variante, in unsere Partie, kam Dame G5, Schach. Es kam F6 und jetzt kommt ein Zug, ja, bärenstark und das, das machen dann wirklich wahrscheinlich nur die Weltmeister oder die, die richtig, richtig guten Spieler. Ähm, der nächste Zug. Wir haben hier eine Gabel, Turm H7 funktioniert auch nicht, Dame G7 funktioniert nicht, Eieieiei, ist Weisling Gefahr? Nein, denn Dame G6 rettet den Tag. Ähm, der Gegenangriff gegen die Dame hier, und wenn die Dame schlägt, kann der Springer hier schlagen und es ist die Qualität gewonnen. Deswegen, das geht, das geht auch nicht für, äh, für Schwarz, deswegen, ja, muss die Dame wegziehen, sie schlägt hier auf A4. Jetzt geht aber Turm H7 und jetzt sehen wir, oh, der weiße Angriff Scheinformen und Farben anzunehmen, ja, für die, für den, für die Kosten von einem Bauern sind jetzt hier alle schwarzen Figuren auf der Grundreihe oder am Rand, der König ist offen, aber die Dame kommt nicht auf die siebte Reihe, kann kein direktes Matt geben und jetzt kommt vielleicht mit der schwerste Zug der Partie, jetzt für uns, nicht für Carlsen, nämlich, das sind diese Rückzüge, dass diese Rückzüge auf einmal von der anderen Seite des Brettes was drohen, die sind echt schwer, weil man sich hier total fokussiert, hier auf die Seite, ja, hier oder hier oder man guckt und so, ja, und findet nichts und da haben wir B1 und jetzt droht hier einfach zurückzugehen, äh, Treppen hat hier auf B8, deswegen muss die Dame zurückgehen und jetzt das große Finale von Carlsen und ihr könnt hier gerne mal reinschauen, ob ihr die Lösung findet, kleiner, kleiner Taktik-Alarm, 3, 2, 1, Bringer C6, fantastisch, ähm, Bartz muss mehr oder weniger diesen Springer schlagen, hat er auch gemacht, denn, ja, der hat ja nicht viel Auswahl, der König hier hin wäre einfach eine Gabel, das geht natürlich nicht, deswegen muss er, muss er hier schlagen, jetzt geht die Dame auf, okay, aber die Dame kann zwischenziehen und jetzt kann ich nicht nach D6 aufpassen, wegen dem Springer hier, aber ich kann erst noch dieses Schacht geben und jetzt sehen wir, wie unglücklich dieser König eingeklemmt ist, ja, dieses E-Paulette matt oder so, heißt das, wenn er hier komplett eingeklemmt ist von den eigenen Figuren, die siebte Reihe ist, ja, was soll er machen, Dame opfern, wäre natürlich möglich, ähm, Springer C7 folgt aber Dame E, äh, Dame D6 Schach, ja, auf Dame D7 ist matt und auf König E8 ist eben auch matt und deswegen hat hier nach Dame B6 Schach Wesley Sow aufgegeben, haben wir Partie, wie ich finde, ja, beide haben, äh, entsprechend ihrer Struktur nach vorne gespielt, ähm, von daher eine, eine fantastische Partie, wie ich finde und trotz, äh, kürzerer Bedenkzeit immer noch inhaltlich unfassbar lehrreich. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und seid gespannt auf die Revanche Partie, wenn Wesley Sow das Dame D7 System spielt. Also, da sehen wir uns wieder, bis dahin, macht's gut. Und wer noch mehr zu diesem Thema Wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.